Wenn die Betroffenheit fehlt, fehlt auch die Empathie und das Verständnis dafür. Wir wünschen uns jetzt vom Zoo, dass in irgendeiner Form im Tierpark aufgeklärt wird. Im Prinzip zeigt dieses Bild ganz vieles an globaler Ungleichheit, die wir nicht verstehen können, wenn wir die koloniale Vorgeschichte nicht kennen. Wir haben über 100 Jahre gewartet, dann haben wir auch die Geduld noch zu warten, bis diese Sachen geändert sind. Er da, auf dem Pferd, grüßt jeden, der nach diversen außerplanmäßigen Halten und mit ca. 120 Minuten Verzögerung in den Kölner Hauptbahnhof einfährt. Das Reiterstandbild zeigt Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser und König von Preußen. Es ist eines von vielen Bauwerken, Orten und Straßen in Deutschland, die uns im Alltag auf die deutsche Kolonialgeschichte stoßen könnten. Könnten, wenn man mehr darüber wüsste. Zum Glück habe ich das Privileg, dass irgendwie überall, wo ich hinkomme, schon jemand Kundiges auf mich wartet. Zufälle gibt's. Du musst Serge sein. Ja. Hallo. Hallo Serge. Na, wie ist es? Ich hätte mich gerne an einem wärmeren Ort mit dir getroffen. Vielleicht irgendwo drinnen. Aber zum einen ist ja Corona. Und zum anderen möchtest du mir natürlich zu dieser Statue etwas sagen. Das war der Kaiser, der in einem ganzen Zeitalter auch seinen Namen aufgedrückt hat. Also das Wilhelminische Zeitalter. Was diese Person alles an Unheil angerichtet hat. Nicht nur den Ersten Weltkrieg, in Anführungsstrichen nur. Sondern auch, was das koloniale, sag ich jetzt mal, Abenteuer Deutschlands betrifft. Da ist der Wilhelm II. sehr, sehr wichtig. Ja, und es gibt kaum noch Denkmäler von ihm in Deutschland. Aber das ist halt eines der wenigen Verbliebenen. Und da sollte man, ich bin jetzt keiner, der immer sagt weg damit oder sowas, aber zumindest kontextualisieren. Kontextualisierung und Kolonialisierung. Wörter, bei deren korrekten Aussprache man das Gefühl hat, seinen Kiefer erstmal komplett resettet zu haben. Dennoch, wir müssen über beides sprechen. In diesem Video geht es deswegen um die deutsche Kolonialgeschichte. Um Orte, die uns von diesem dunklen Kapitel europäischer Geschichte erzählen. Und darum, wie wir uns dieser Geschichte an solchen Orten bewusster werden können. Es ist ja schon auch, man sieht ja, man kann es ein bisschen erkennen, so ein bisschen Farbbeutel und so hat er schon abgekriegt. Also die Öffentlichkeit ist da und die Kritik ist da. Was wir auf jeden Fall hier als Zeitmarke nennen müssen, ist jetzt dieses Jahr halt auch die Ermordung George Floyds. Also das war schon so eine Initialzündung, die dafür sorgt, dass jetzt auf einmal doch mehr Bewegung da ist. Und ich bin der Meinung, dass diese Bilder dafür gesorgt haben, dass auch eine Mehrheitsgesellschaft, also eine weiß definierte Mehrheitsgesellschaft, so ein bisschen stärker jetzt auch gerade mal eine Offenheit für diese Themen zeigt. Ich hoffe, dass es dabei bleibt und dass es halt nicht verpufft. Und solange kacken wenigstens die Tauben drauf, das ist ja auch schon mal ein schönes Symbol. Genau, die Tauben kacken drauf und wie du gesagt hast, ein bisschen Farbe hat er auch abbekommen. Und ja, das heißt also, die Leute sehen das. Und Gott sei Dank eben nicht nur Leute, die selber von Rassismus, was ja ein koloniales Erbe ist, betroffen sind, sondern halt auch immer mehr sogenannte Mehrheitsgesellschaftsangehörige. Und das ist gut, weil anders kriegen wir das Thema nicht platziert, wenn das ein Thema von einer betroffenen Minderheit bleibt. Die Farbe, die Wilhelm abbekommen hat, scheint tatsächlich schon etwas verblasst. Die Empörung abgeebbt, die sich im Zuge der Black Lives Matter Bewegung regte. Ich habe mich in diesem Jahr auf Reisen begeben. Ich habe Serge und weitere Menschen getroffen, die sich ganz persönlich dafür engagieren, Aufklärung zu betreiben und Veränderungen zu erwirken. Also lockert eure Kiefer und kommt mit mir, Corona-Beschränkungen hin oder her, auf Reisen. Ich treffe Jasmina und Mboru von Berlin Postkolonial. Der Verein gründete sich, um mehr Menschen über den deutschen Kolonialismus aufklären zu können. Begonnen hatte alles mit Trauermärschen für die Opfer der Kolonialherrschaft. Und als wir dann diese Trauermärschen gemacht hier in Berlin, haben wir gefunden, dass viele Menschen, die wissen nicht davon. Und wenn die wissen, sagen, ja, wir waren auch ein Kolonialmarkt, aber es waren nur 30 Jahre und wir waren sehr, sehr beliebt. Wie kommt denn jetzt Berlin hier ins Spiel? Also es gibt ja tatsächlich noch Spuren des Kolonialismus, deren wir uns gar nicht so bewusst sind. Ja, dann haben wir während der Veranstaltungen sind wir gekommen, dass hier in Berlin existiert viele Spuren von Kolonialismus. Es gibt Häuser, es gibt auch die Museen, aber es gibt Straßen, die auch die Ehren, die Kolonialverbrecher sind. Und wir als schwarze Menschen, wir finden, das ist ja nicht würdig, so etwas zu machen. Und das Schlimmste, was wir auch während der Zeit gefunden haben, es ist die menschliche Gebeine, die hier auch in vielen Museen in Deutschland zu finden. In europäischen Museen und ihren Archiven liegen massenhaft Kulturschätze, die zur Zeit des Kolonialismus aus Afrika nach Europa kamen, darunter sogar menschliche Knochen und Schädel. Trotz großer Kritik, nicht nur von Berlin Postkolonial, wird die Herkunft solcher Gegenstände nur selten und mit vergleichsweise wenig Eifer erforscht. Jasmina, du bist als, ich sage mal, verhältnismäßig junger Mensch, wahrscheinlich auch erst mal, musstest du dich erst mal selbst in diese Materie hineinarbeiten. Ja. Wie ist da dein persönlicher Bezug dazu? Also, ich studiere im Master hier in Berlin Sozial- und Kulturanthropologie und bin in meinem ersten Jahr über einen Zeitungsartikel gestolpert in der Zeit über eben Raubkunst. Und fand es sehr spannend und wollte mich dann eben dafür engagieren, weil ich es eben verrückt fand, wie wenig ich darüber weiß, in Anbetracht, was eben die deutsche Kolonialgeschichte so angerichtet hat. Ja, deswegen wollte ich dann mich dafür engagieren, um das zu ändern. Also nicht nur bei mir, sondern bei anderen Menschen. Und die Veränderung beginnt jetzt. Wow, voll der Life-Coach-Satz. Tatsächlich gibt es neben der Diskussion um Raubkunst auch offenkundige Spuren von Kolonialgeschichte. Diese zeigen Moro und Jasmina in einer Stadtführung. Also heißt es für mich heute, einfach mal zuhören. Ja, was denn? Das geht! Also, sofern ich morgens den Viertklässern auf dem Weg zur Schule erfolgreich ihre Italien gemobst habe und das habe ich halt getan. Gut, ich sage mal, was ich sehe und dann sagt ihr, was ihr hier seht. Ich sehe eine, eine, eine fertiggebaute Kracht und fertig gebaut ist etwas, was ich in Berlin unbedingt lobend erwähnen möchte. Was ihr seht, ist aber viel, viel mehr, was hier dahinter steckt. Und Moro, vielleicht können Sie das mal erläutern. Für uns und ich meine wir als schwarze Menschen hier in Berlin und hier in Deutschland, die Straße hier, Friedrich Kracht, erinnert uns an der große Kufurst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm. Als er dort aufgewachsen hat, hat er die Erfahrung gemacht, dass die Holländer, die machen sehr, sehr viel Geld durch Sklavenhandel. Und der Friedrich sagt ja, warum ich nicht? Das heißt, ein Ort, der benannt ist nach einem, der sich am Sklaventum bereichert hat. Ist denn sozusagen dann das Bestreben, hier zu sagen, wir nennen das anders oder wir klären da besser auf? Also zum Beispiel, es gibt auch eine Initiative, die sich für ein Denkmal engagiert. Und ja, sowas wäre zum Beispiel eben auch hier denkbar, einfach irgendwas, was daran erinnert, dass man auch mahnen kann, als Mahnmal eben. Nicht wenige Orte in Deutschland sind benannt nach Personen, die eine unrühmliche Rolle in der deutschen Kolonialgeschichte spielten. Diese Straße hier, Friedrich Kracht, die Elm der Friedrich. Aber auch in Kreuzberg ist nicht hier der Grotten, der an die Küste geschickt wurde, wurde hier danach geehrt. Er hat für seine gute Arbeit einen Sklavenhändler. Und wirklich diese Company ist für 30 Jahre lange geblieben. Die haben es geschafft, über 20.000 Sklaven nach Amerika oder in der Karibik zu bringen. Und man ehrt so einen Mensch der Grotten hier in Berlin. Und haben wir Glück. In Kreuzberg, die Grüne Partei war hinter uns. Und da wirklich haben wir geschafft, diese Straße zu umbenennen. Und die meisten, die Einwohner, auch heute hier in Berlin und auch irgendwo anders hier in Deutschland, die sagen, sie wollen die Geschichte auslöschen. Wenn man jetzt einen Platz nach einem NS-Funktionär oder wenn es noch einen Adolf-Hitler-Platz gäbe, dann würde ja auch keiner sagen, wir wollen, dass der nicht mehr so heißt, wenn wir damit Geschichte auslöschen. Das Gegenteil ist der Fall. Also das ist ein wirklich unfassbar dämliches Argument. Ich denke, der springende Punkt ist dabei Betroffenheit. Wenn man nicht betroffen ist, genau wie die ewige Diskussion um das Wort, um die Mohrenstraße, M-Straße, wie wir sie nennen, die meisten sagen, ja, das ist doch kein rassistischer Begriff, ich finde das nicht schlimm, was weiße Menschen sagen. Und die sagen, ja, ich sehe keinen Handlungsbedarf. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn die Betroffenheit fehlt, fehlt auch die Empathie und das Verständnis dafür. Ach, ich liebe ja Stadtführungen. Am liebsten mache ich die kostenlosen Walking Tours Obscura Hostels, bei denen ein überdrehter Exil Australier einen bis 5 Uhr früh durch alle sehenswerten Pubs der Stadt führt. Aber gut, zugegeben, heute ist das Thema wichtiger und die Station andere. Die M-Straße sagt ihr. Ja. Ihr sagt also ganz bewusst nicht Mohrenstraße und distanziert euch sozusagen von, ja, von dem Despektierlichen, das hier offensichtlich drin steckt. Hauptsächlich vor allem, um das Wort nicht zu reproduzieren. Ja. Also ähnlich wie das N-Wort, einfach um, ja, rassistische und gewaltvolle Sprache nicht immer wieder zu verwenden. Die Straße wird ja jetzt zum Glück umbenannt. Das hat ja sehr lange gedauert. Und zwar nach Anton Wilhelm Amo, der eben auch versklavt hier hingekommen ist, verschleppt wurde. Aber dann als erster schwarzer Mensch hier einen akademischen Abschluss gemacht hat und Philosoph war. Hier hatten die Proteste also Erfolg. Die Straße soll umbenannt werden. Doch bis zur Umsetzung des Beschlusses kann es noch etwas dauern. So wie man, wenn man für die Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte kämpft, wohl leider grundsätzlich Geduld aufbringen muss. Stellen Sie denn fest, dass sich was geändert hat? Sie machen das jetzt schon eine Weile, diese Führungen. Es steht noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Aber trotzdem hat es auch etwas. Man redet von Sklaverei. Man redet von Kolonialismus. Man redet auch von Rassismus. Es ist viel passiert. Man kommt schon langsam. Aber ich finde es zu langsam. Aber leider, es ist ja so. Ich sage es immer, wir haben über 100 Jahre gewartet. Dann haben wir auch die Geduld noch zu warten, bis diese Sachen geändert sind. Einige Wochen später. Die Corona-Zahlen gehen hoch, die Temperaturen runter und ich erreiche Hamburg. Unter den Augen Otto von Bismarcks, dessen Statue gerade saniert wird. Nicht nur wegen dieser ist auch Hamburg ein Sinnbild ehemaliger deutscher Kolonialträume. Die Speicherstadt etwa ist heute ein ähnlich großer Tourimagnet wie König der Löwen und sehe wohl kaum so prächtig aus, ohne den auch durch die Kolonien getriebenen Seehandel. Eine andere Hamburger Institution ist der Tierpark Hagenbeck. Dieser tut sich mit der Aufarbeitung des eigenen Kolonialerbes, milde gesagt, ziemlich schwer. Ja, ja Mensch, dich kenne ich doch. Eigentlich kenne ich dich mit einem Plakat vor dem Tierpark Hagenbeck stehend und dort für, wie soll ich sagen, nicht unbedingt geringe mediale Aufmerksamkeit sorgend. Ja, angefangen hat es damit, dass der Tierpark relativ ignorant gegenüber dem Vorschlag war, doch mal aufzuklären über die Vergangenheit, weil das relativ lückenhaft in der Vergangenheit getan wurde vom Tierpark, beziehungsweise gar nicht. Und die Reaktionen haben uns so ein bisschen erschüttert und dann dachten wir, machen wir doch nochmal was, um irgendwie Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Und das hat geklappt und daraufhin folgte dann eine lange Zeit und viel Frust, weil nichts kam. Also die Sache, um die es geht, ist, dass Karl Hagenbeck von 1874 bis 1932 in diesem Tierpark sogenannte Völkerschauen veranstaltet hat. Ja, da wurden, das kann man auch so krass sagen, Menschen verschleppt aus anderen Ländern. Das war natürlich um die Kolonialzeit, da begann das. Und der Tierpark formuliert das so, dass diese Menschen engagiert wurden und dass es eben damals zum Völkeraustausch diente. Und auf der Website steht zum Beispiel, dass man dadurch erstmals einen Einblick gewährte in fremde Kulturen, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil da nur Stereotypen bedient wurden und nicht wirklich ein authentischer Einblick gewährt wurde, sondern das war eine brutale Kolonialaktion. Und wie hat der Tierpark reagiert, als ihr mit eurer Aktion da aufgefahren seid? Ja, anfangs hieß es noch, wir sind stolz auf unseren Gründer und das bleibt auch so. Das war die erste Ansage. Und weil wir dann so ein bisschen gestichelt haben und natürlich der Tierpark auch gemerkt hat, dass da auch ein paar andere Menschen hinterstehen hinter dieser Forderung, kam dann die Ansage, dass eine Pressekonferenz stattfinden soll. Irgendwann kam dann die Antwort, dass diese Pressekonferenz erstmal verschoben ist. Aus welchen Gründen? Die wurden nicht genannt. Also der Tierpark zeigt sich nach wie vor ignorant. Und wir wünschen uns jetzt vom Zoo, dass in irgendeiner Form im Tierpark aufgeklärt wird. Solange da oben auf dem alten Eingang immer noch ein Mensch mit Speer zu sehen ist und in keiner Form irgendwie eine Infotafel, dass da eben mal Menschenzoos stattfanden und dass der Tierpark so eine Vergangenheit hat, solange werden wir weitermachen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, da hat mein Freund Modu eine wunderbare Doku geteilt. So fing das, glaube ich, an von Arte. Und daraufhin haben wir uns zusammengetan und gesagt, okay, wir müssen da irgendwas machen. Das ist mal in unserem Wirkungsumfeld so, da können wir was verändern. Ja, eigentlich ein total nachvollziehbarer, richtiger und kluger Gedanke. Und wir hoffen sehr, dass da mal was zurückkommt. Genau. Vielen Dank, Henry. Es ist kalt. Lass uns noch ein bisschen die Aussicht genießen. Okay, Genossen, lass uns jetzt ins Warme gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ins Warme gehen, ein frommer Wunsch, bei dem ich nicht bedachte. Nach dem Herbst kommt ja... Winter. Und in diesem Winter sind Interviews in geschlossenen Räumen leider weiterhin nur semi-angesagt. Also haben sich Serge und ich bei Wilhelm getroffen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz diesen Dachverband. Was ist eure Aufgabe, eure Mission? Genau, also beim Eine-Welt-Netz-NRW geht es generell darum, dass wir versuchen, globale Süd-Nord-Themen stärker auch in der breiten Masse publik zu machen. Also da geht es um fairen Handel oder unfaire Handelsbeziehungen, besser gesagt. Und was der faire Handel sozusagen dagegen machen kann. Weil auch die unfairen Handelsbeziehungen, die wir heute haben, wurden ja in der Kolonialzeit gewaltsam etabliert. Und wir sehen in den Medien ja immer wieder so, ach ja, Wirtschaftsflüchtling kommt da zu uns ins gemachte Nest. Solche Aussagen ignorieren, dass diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, weil das ist ja ein despektierlicher Begriff, historisches Resultat aus einer globalen Entwicklung sind, die in der Kolonialzeit begonnen hat. Was Flüchtlinge, die heute übers Mittelmeer flüchten, mit dem Kolonialismus von damals zu tun haben, das wirst du mir gleich nochmal erklären. Dazu gehen wir aber noch woanders hin, denn du willst mir noch einen anderen Ort zeigen. Ja. Ist auch draußen, ne? Mist. Ah, wir gehen noch ein bisschen, ja. Hier, da, Richtung Dom. Damit alle auch checken, wir sind in Köln. Das ist das Bild, das du mir zeigen wolltest. Genau. Also im Prinzip zeigt dieses Bild ganz vieles an globaler Ungleichheit, die wir nicht verstehen können, wenn wir die koloniale Vorgeschichte nicht kennen. Auf dem Bild zentrales Element ist das Meer. Ja, und wenn man sich das Meer anschaut, dann dürfen wir nicht nur heute an das Mittelmeer und die Geflüchteten denken, die da ertrinken, sondern im Prinzip begann eine globale Umverteilung, ja, mit dem, sag ich mal, Schwarzwerden des Meeres. Im Sinne davon, ich mach's konkret, es gibt Historiker, die sagen, wenn der Atlantik austrocknen würde, müsste man von Afrika nur den Skeletten folgen, um den Weg nach Amerika zu finden. Und warum? Weil es die größte Zwangsmigration der Geschichte, der transatlantische Versklavungshandel, im Prinzip dafür gesorgt hat, dass der Westen entstehen konnte auf Kosten anderer Weltgegenden. Und jetzt, sag ich mal, in die Zukunft gesponnen, und es ist gar nicht so gesponnen, kann man den Spruch, den ich gerade erwähnt habe, auf das Mittelmeer möglicherweise übertragen. Wenn eines Tages das Mittelmeer austrocknet, muss man nur den Skeletten von Afrika folgen, um den Weg nach Europa zu finden. Das sage ich, also diese beiden Zitate, um diese historische Kontinuität auch ein bisschen darzustellen. Serge, vielen, vielen Dank für diese Flut an Informationen und danke auch für deinen Einsatz und euer Engagement. Ich gebe das Danke zurück und als Zeichen der Wertschätzung einmal in meiner Native Language, ist das eine super Sache, dass du mich dazu schwätzen lassen hast, gell? Du, wir sehen uns im Sendegebiet. Ah jo, das machen wir, gell. Mein Lieber, mach's gut, basch auf dich auf. Bis dann, gell. Alla, kommst du gut heim? Ah ja, du auch. Tschüss, Serge. Du, Serge, ist ein guter Kerl. Kolonialismus. Kolonialismus. Ich glaube, ich kann's jetzt. War sogar ganz entspannt, dieses Kiefer-Yoga. Und es ist wichtig, dass wir diesen Begriff in den Mund nehmen. Genau wie Kontextualisierung. Das heißt nichts anderes, als dass Orte, Straßen und Bauten, die uns heute von der Kolonialgeschichte berichten können, auch gekennzeichnet werden, uns auffallen und mahnen können. Aber machen wir das mit Farbbeuteln? Drehen wir die Statuen um? Versenken wir sie in Spree, Rhein oder Elbe? Ich erlaube mir dazu mal einen YouTuber-Satz. Schreibt uns doch eure Gedanken und Ideen in die Kommentare. Untertitelung des ZDF, 2020